servus pyrus herzlich willkommen zu einem neuen video heute für euch im test der einhorn pupsulkan von veco ein schweizer vulkan gekauft bei lidl für 899 für das geld ist das ding wirklich top und ja es ist ein einhorn pupsulkan ist so ein bisschen im pink angelegt entsprechend wird das hier auch wohl der effekt sein ich kann mich nicht mehr hundertprozentig daran erinnern weil es schon ein bisschen her als ich den das letzte mal hatte edm liegt bei 250 gramm sechs meter effekthöhe wird das ding haben ach warte mal hier steht was circa 50 sekunden brenndauer sechs meter effekthöhe silber vulkan mit pinken sternen das klingt ja echt hammermäßig geil ich freue mich drauf wir zünden das ding jetzt auf geht's einhorn pups vulkan das ist einhorn pupsulkan Wow, wunderschönes Teil Für 8,99 Euro wirklich ein riesiger Vulkan, gefällt mir sehr gut, ich denke meiner Freundin hat es auch gefallen, war gut sagt sie, alles klar, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, ciao, macht's gut! Bis zum nächsten Mal!